Musik Weil ich ein Praktikum für die Schule gebraucht habe. Ja, sie haben in den Ferien gearbeitet. Ich habe einfach neue Erfahrungen gemacht, weil ja... Ja, eigentlich weg zum Geld und für das Praktikum für die Schule. Musik Ja, ich habe auch schon die Bewerbungen geschrieben, es hat ja aber nicht so ganz funktioniert. Hauptsächlich meine Bekannten gefragt. Und dann bin ich eigentlich über meinen Papa zu einem Ferialjob gekommen. Also meine Mama hat mir aber die Ferialjobbörse empfohlen. Vitamin B eigentlich. Dann hat sie gesagt, ich soll dort mal aufschauen und habe eigentlich gleich einen passenden Job gefunden. Musik Ja, als ich im Informatikbereich gearbeitet habe. Ich bin beim Rechercheteam im AH in Lichtenstein dabei. Reparatur, ein Service. Das Arbeitsklima ist super. Alles in allem war es eigentlich eine gute Erfahrung. Also es ist gut, wenn man sich bei Bekannten oder Verwandten umhört. Ja, wenn man sich bewirbt, auf jeden Fall einen Lebenslauf mitschickt, ein Zeugnis und ein Bewerbungsschreiber. Oder beim AH bei der Ferienjobbörse. Also wenn ich auf der Suche nach einem Ferialjob bin, dann würde ich euch echt anrufen, euch dort mal auf der Seite umzuschauen. Das Arbeitsklima ist super. Musik Untertitelung des ZDF, 2020